Hallo, mein Name ist Dr. Sebastian Maasberg. Ich bin leitender Oberarzt in der Inneren Medizin und Gastroenterologie am Asklepios Klinikum St. Georg und gleichzeitig Ihr Ansprechpartner im MVZ Gesundheitszentrum Mitte. Wir bieten dort das komplette Spektrum der Diagnostik in der Gastroenterologie an, das heißt Magen- und Darmspiegelung sowie Oberbauchsonografie und auch laborchemische Abklärung. Sollten weitere Untersuchungen nötig sein, so würden wir dies auch im Klinikum anbieten.